Das Video jetzt weiter, Lizard ist fast besiegt, aber ja, er macht noch ein paar Probleme, die wir eigentlich nicht zulassen dürfen. Okay, boah, das hätten wir jetzt nicht zulassen dürfen, hey, ich bin so kurz vorm Ende, Digga. Halt die Fresse, Digga, meine Finger tun weh, Mann. Halt doch einfach die Fresse! Dämlicher Masna guckt, Uhrensohn, Uhrensohn, hier frisst das du, Uhrensohn. Da ist dieser Bastard, Digga. Wo den hoch den Wichser kam. Woher? Wie hast du das? Harry Osborn. Soll ihr Entwurf sein? Komm mit. Die Angst in seinen Augen, der weiß ganz genau, was dieser Symbion kann und was dieser Symbion ist. Genau wie ich dachte. Er hat noch zwei Arme, was? Ganz ruhig, ganz ruhig. Faszinierend. Halsmaul. Schieß es nicht! Na los! Krass. Okay. Ein Fragment eines Meteoriten, der vor vielen Jahren vor der Stadt einschlug. Dort fanden wir das. Ich trage ein Alien? Wir nennen es einen Symbionten. Er verbindet sich auf subzellulärer Ebene mit seinem Wirt. In unserem Falle Harry Osborn. Er hat ihn dir gegeben? Nicht ganz. Ich war verletzt und das Ding hat dich gewählt. Was bedeutet, dass es viel gefährlicher ist, als ich dachte. Wir müssen Auskorb rufen. Wir müssen es vernichten. Uns vernichten? Oder Anzug. Sie sagten, es hat mich gewählt, Doc. Es macht mich zu einem besseren Spider-Man. Boah, was? Ziel in Sicht. Bin dran. Scheiße, noch eine Suit-Änderung. Was? Medizin. Trophäe erhalten. Was? Bro. Was ist das für ein... Ach. Scheiße. Gut, dass du anrufst. Wie geht's dir? Gut. Ich bringe gerade noch ein paar Kisten ins Haus und war vorhin bei Harry. Aber wie geht's dir? Ich hab von der Lizard-Jagd gehört. Mir geht's super. Connors ist geheilt. Der Anzug funktioniert noch und ist offenbar ein sogenannter Symbiont. Oh, äh. Und es ist ein Alien. Ist ziemlich irre, oder? Warte, was? Du klingst nicht gerade besorgt. Ich bin etwas besorgt. Aber ohne ihn hätte ich Connors nicht aufhalten können. Peter, ihr beide habt die halbe Stadt verwüstet. Hast du gesehen, wie das Museum aussieht? Ich bin überrascht, dass niemand getötet wurde. Das bin ich nicht. Du weißt, dass ich ihn irgendwie heilen musste. Hätte ich ihn einfach weiter allein Dinge zerstören lassen sollen? Darum geht es doch. Ich werde heute Nacht hier arbeiten. Ich glaube, ich hab endlich Inspiration für meinen Jonah-sicheren Aufmacher gefunden. Vielleicht ist später schon was fertig, was ich dir zeigen kann. Was ist nur mit dir los? Das muss der Stress sein. Und das ist jetzt die Variante. Boah. Okay, er verwandelt sich wie ich immer mehr zu wennen. Das ist ja geisteskrank. Alter. Lass auf jeden Fall dafür mal ein dickes Like dabei. Sowas sieht man hier nicht oft auf dem Kanal. Sowas. Also. Das ist ja krank. Das ist ja krank. ein wenig zeit allein sollte in der zwischenzeit sollten wir sehen wie wir helfen können hier müsste es ems kiosk gegeben so leute und hiermit geht jetzt weiter ja das ist jetzt ein bisschen zusammengekattet wir sind immer noch im 30 fps modus aber dafür hat 4k und wie man es jetzt hört wir sind im englischen modus aber dafür muss natürlich die untertitel einstellen ein aber die mache sprecherfarbe auch weiß die hoping that was one big bad who was firmly was lucky as ever that our two spider-men were on site to save day spider-man the younger put some impressive water apobatics along way older am i a broken record yet on this new black suit scares the the jesus out of me well why i am and so but i am putting it out there this new black suit thing whatever it really is hey no good you can go all right kids and account for a reason why do you get the tape point it was my plan okay 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 so okay 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 i am just i am was anderes boah was ist das denn Liga das ist hart Ok, man hört auf jeden Fall, dass Yuri, also die Synchronstimme vom englischen Peter, auf jeden Fall sehr aggressiv klingt, die Deutschen natürlich auch, aber... Was machen wir das mal, ne? Das ist eine Artikel. Ah, ich habe wieder die Schieffel in der Haus wieder vergessen. da sehe ich doch du sagst hier nicht so kleiner ja die wollen das doch oder Ah, scheiße. So gefällt der Wichse mir aber nicht, Mann. Sie haben nicht so viele Schäuze. Halt's Maul, müssen wir jetzt wieder die spielen, Mann. Durch den Keller? Oh, komm jetzt hier raus, Mann. Ach, hier ist Fenster, Mann. Oder was will ich hier machen? Hallo? Wie OP, wie OP! Aber die englische Dings gefällt mir gar nicht. Also Null. Ähm. Ich hoffe das lädt jetzt nur diese Sequenz. Sie werden jede Sekunde hier sein. Ich bin schnell weg. Perfekt. Ich weiß, ich fühl's sich nicht so richtig an. Irgendwie. Deswegen deutsch. Schon cool. Oh. 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 Schauen wir uns mal hier durch. Schlaf, schön. Jetzt geben wir Ruhe, Mann. Kletter doch einfach hier drüber, Mann. Das ist doch nicht so schwierig, Alter. Ich verarsch, Mann. Ich habe mich geirrt. Da ist nichts. Oh, schön. Hey, was ist da draußen los? Was bildest du dir ein? Was ist das, Mann? Der ist unterwegs zur Baustelle. Der tötet ihn doch fanglich. Alter, Peter ist... Peter ist wirklich crazy, Mann. Ich bin dran. Ich bin dran. Das wäre Wahnsinn. Ein Maul. Ich hoffe, Peter ist noch dahinter. Oh-oh-oh-oh. Das ist ein Maul. Ich habe euch verfolgt, während ihr die Spinne gesucht habt. Wenn ihr ihn findet, ist sie garantiert in der Nähe. Da entringt alle neuen Kinder. Du hast... Damn. Was hab ich denn dumm jetzt? Schlaf, schön Rutschöpfer, hat der gesagt, der Wichser. Meine Jäger. Die ganze Nacht lang, hat dieser blaue Schwerpholz, während ihr die Spinne gesucht habt. Wenn ihr ihn findet, ist sie garantiert in der Nähe. Bringt alle... Rutsch. Rutsch. tragisch, ich... Was mit demow... Eiehlech... Was wollen diese Bimbo-Klats von mir, Bruder? Ach, crazy. Du bist Gauna. Ach, da haben wir einen anderen Checkpoint schon, ist gut. Aber schön die Leiche, ne? Wie gesagt. Krass. Das ist nicht Peter, der schläft glaube ich einfach. Ich glaube das ist nur der Symbion, der gerade arbeitet. Alter. Sorry, bin spät dran. Was ist mit Pete los? Er ist nicht er selbst. Ich glaube es hat etwas mit dem Anzug zu tun. Es ist ein sogenannter Symbionz. Und ein Alien. Was? Also, er trägt ein Alien? Hilf ihm einfach mal. Bitte. Schon dabei, MJ. Ja, guck mal, es wurde Symbionz-Pieter stehen. Wow. Was ist das denn, Mann? Ja, okay. Ich bin da hin unterwegs. Lass die Jäger ihn nicht wieder davonjagen. Geht klar. Oh. Er schläft, glaube ich, auf Ernst. Alter, der Symbionz ist ja geisteskrank. Der bringt die wirklich um, ne? Der Symbionz. Aber der hat gesehen, hätte gegen die Wand geklatscht, hat er diese Knochen geknackt, ne? Ja, hilf uns! Ich bin es! Wow! Spider-Man! Ich bin! Spider-Man! Weißt du noch? Hier, komm endlich zu dir! Wie soll ich meinen College-Aufsatz ohne mein Lieblingslehrer beenden? Haha, hat er auch recht. Ich bin fast dabei. Wie geht's Peter? Er führt mich. Und er hört mir absolut nicht zu. Dann müssen wir wohl was anderes probieren. Ich bin oft nicht für Fortschläge. Super Action. Super Action. Lass mal an. Und wie kannst du jetzt gegen mich? Darauf bist du nicht vorbereitet! Malz, du musst Pies und mich im Tunnel einsperren! Was? Wenn ich mit ihm allein rede, kann ich ihn bestimmt da rausholen! MJ, ich weiß nicht ob... Jetzt war es! Oh Mann! Was? Was macht die? MJ! 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 Geht's dir gut? Ja! Ich sehe Piep nicht! Oh ja, am Arsch, Bruder! Ich bin wieder empty, die du... Warte! Warte! So was? Ich will doch nur reden! Ich will dir nicht wehtun! Ja, was ist mit dem, Bruder? Spann dich mal, du! Oh! Oh, das ist mit! MJ! Ja! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Klick. Ich gehe zu euch. Also weh. Ich muss mal auf die Kürze. Runter mit ihm! Was zum... MJ, ist gut jetzt was? Ich weiß! Hey, ich kann... Nicht! Mehr ist da! MJ! Äh, okay! Ich muss dabei rein! Du Präckskirchen, ja. Ich weiß nicht, will den fertig sind! So clean, ne? Yo, yo! Oh! Oh! I've scored a big thing at home. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Zurück, holen Sie raus! Das ist eine andere 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 andere. Halt's Maul! Was? Halt die Fresse, nein! Ey, wie viele sind das denn, Bruder? Schlag den oder so, Mann! Was? Was? Ich wollte dir nicht mehr tun. Hätte ich auch nicht mehr als gedacht, ey, ey. Das ist aber krass. Das ist Venom, was da passiert. Bei dir läuft es besser als bei mir, Nels. Wir haben den Tunnel abgesucht. Er ist weg. Aber er wird bald zu mir kommen. Nix davon mitbekommen. Wie ich gesagt, heute nix. Krass mit den schwarzen Klamotten, Alter. Oh, setz dich doch nochmal hin. Was macht der? Oh, da juckt gar nix einfach. Er hat nix mitbekommen. Er hat nix mitbekommen einfach. Was? Leute, lasst dafür auf jeden Fall ein dickes Leiter. Er hat nix mitbekommen, Bruder. Er hat die halbe Stadt verwüstet. Ich brauche dringend diesen Anzug zurück. Dad arbeitet an einer neuen Heilung. Aber... Ich weiß nicht. Bring ihn her. Bitte. Eine Bugelmeldung. MJs neue Artikel. Was? Sie hat nicht gewartet, bis ich ihn lese? Aber wir müssen eigentlich den Anzug anziehen. Wenn wir den Symbionten los sind, dann können wir auch wechseln. Was? MJ, was machst du da? Ach du Scheiße, Harry, man. Hey Kumpel, wie fühlst du dich? Ich brauche den Anzug. Pete! Oh. Was weißt du noch von gestern Abend? Nur noch, dass ich müde war. Nichts. Du bist nicht du selbst. Der Anzug verändert dich. Durch den Anzug bin ich noch am Leben. Ja, ziemlich toll, nicht wahr? Warum wiffst du nicht ein paar Pillen ein und sagst, was du wirklich meinst? Hey, lass das! Ich reiß mir den Arsch auf, um dich zu retten. Und das ist der Dank? Ich sagte, lass das! Ich habe deine Story gesehen. Ich wollte es dir erzählen. Hast du aber nicht, oder? Ich brauche diesen Job, Pete. Dein Job ist es, die Wahrheit zu schreiben. Hab ich. Die Wahrheit ist. Ich bin hier der Held, nicht du. Ich bin hierher. Wie war dein Besuch bei Harry? Keine Sorge, Harry geht's bald besser. Danke, dass du sein Freund bist. Ich habe euch zusammen aufwachsen sehen. Du bist wie ein Sohn für mich. Ich bin so stolz auf den Mann, der du geworden bist. Danke, Mr. Osborne. Ähm, ich muss los. Ja. Alles gut? Was? Geh. Bitte. Harry. Ich sagte, geh! So Leute, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Folge war sehr gut. Also, hat auf jeden Fall was in sich gehabt. Vor allem die letzte Szene mit Harry und seinem Vater. Also, ja, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da und guckt euch einfach mal diesen brachialen Anzug an. Also, jetzt wird es ganz, ganz heiß, deswegen ihr müsst abonnieren. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Jungs.